kurz bevor diese aufnahme gestartet ist hat mein hund kurz gewürgt hat er gemacht das ist ein gutes zeichen karl hallo das das hunde würgen ist ein gutes zeichen weiß ich nicht also zumindest ich weiß nicht ob es an dem halsband liegt ich muss mal nein oh nein oh gott herzlich willkommen zu alman arabica dem einzigen podcast der sich dazu entschieden hat keine live podcast folgen mehr zu machen und es trotzdem tut wir sind total inkonsequent karl ja 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 ich habe hier gerade eine live meldung was denn jetzt schon wieder ja ich wurde gerade in der instagram story getaggt dass ich wieder hass kommentare verbreite und dass ich mein leben überdenken soll ach man du bist aber auch gerade wir wir haben wie also ich fühle mich wie carla kolumna wir sind jetzt hier wirklich an einem live ich benutze jetzt meine meine e-zigarette die geformt ist wie eine wie eine pfeife als mikrofon und halte das immer wieder hin weil wir sind in einem live beef also wir sind wahrscheinlich auch schon am ende von einem live beef so wie ich das verstanden habe aber wir sind irgendwo in einem live beef und es ist es ist ich bin nicht drin ich habe nur irgendwas gelesen auf auf twitter und habe gesagt wir gehen rein du bist vollkommen reingegangen und jetzt wirst du mir gleich erklären worum es da ging und was da los ist und wo worüber wir worüber wir jetzt hier eine stunde lang reden werden was die leute jetzt auf twitch verfolgen können übrigens der kam der podcast findet wieder live statt auf twitch tv stay ihr könnt bei schamlose werbung gerade könnt aber auch bei dekal den vorbeigucken der reagiert auf videos richtig mache ich aber ich sage aber ich sage für die leute die staken ich sage ich gebe da inhalt noch wenn ich reagiere also ich versuche dann den mehrwert zu bieten und sagt nicht einfach nur ich sage auch manchmal richtig mache ich auch mache ich auch also dass das geht schon ja erzähl mir mal bitte was da passiert ist kannst du mir also ich kann eine kurze ich gebe dir ich gebe umfangreich bitte umfangreich okay ja genau also wir wissen sind wir ja beide also so wo ist der soll ich sind der große hundefreunde und selber hundehalter und wir haben da so ziemlich die gleiche direktive das bedeutet bei der hundeerziehung sollte man im allerbesten fall positives verhalten loben und nicht bestrafen wenn er was dummes macht ne beispiel scheißt der in den flur presse ich den nicht mit einer mit der nase da rein und tritt in die rippen sondern lobbyen halt wenn er draußen pisst ne relativ einfaches konzept jetzt wird mir zugetragen dass das eine familienkollegin von uns also eine twitch partnerin auf instagram in einer instagram story ihre neue erziehungsmethode vorgestellt hat dokumentierte und dann auch überaus schwänglich lobte und da handelt es sich um ein elektroheißband und das ist natürlich etwas das ich so in dieser form überhaupt gar nicht vertreten kann also da kann ich nicht hinter stehen das kann ich nicht vertreten das kann ich nicht für gut heißen da sind mir auch die begründungen scheißegal mit denen ich mich dann auch beschäftigt habe und da gebe ich dann gleich auch noch mal ein bisschen hintergrundwissen zu ab also bist du in den overdrive du bist hast das gesehen und bist in den overdrive gekommen ich bin überhitzt ja ich bin also wenn ich sowas sehe da hunde sind halt mein absolutes leben und wenn wenn weißt du wenn tanzverbot wenn tanzverbot sagt dein kannackisches verhalten und so da das sehe ich und dann lache ich drüber dann kann ich damit beschäftigen ist es in ordnung wenn ich sehe wie jemandem hunden elektroheißband anlegt dann explodiere ich ja dann bin ich auch nicht mehr rational oder ich versuche da noch so ein stück weit rational zu bleiben aber da gehe ich sehr emotional rein in die thematik und das habe ich von anfang an gemacht ohne mich zuerst damit zu beschäftigen habe mich dann damit beschäftigt und habe dann gemerkt dass es in ordnung ist was ich gemacht habe da es sich dabei wohl um ein fehlverhalten gehandelt hat dass dieser husky schäferhund mischling wenn ich das wenn ich das richtig sehe auf jeden fall ein husky mischling ob da jetzt schäferhund dabei ist weiß ich nicht die sind wohl umgezogen und dann haben die da ein haus und dieses haus hat einen garten und diesen garten verlässt der husky und um das zu verhindern wurde der dann mit einem elektroheißband versehen dann wurde der garten abgegangen und jedes mal wenn er die grenze überschreiten wollte hat er eine gekriegt widerlich an der sache war dass die besagte influencerin auch sehr sehr erbost darüber war dass sie nicht auf video hat aufnehmen können wie er eine gewischt bekommen hat und zitate gesagt hat wie die instagram story sind mittlerweile gelöscht gezitate gebracht hat wie ja da hat der hund jetzt gejault das doch jetzt gut oder das ist ein tier einfach angesehen dass er bei jedem schlag eine sehr ängstliche eine sehr sehr ängstliche reaktion zeigte dass das ohnehin eine sehr mittelalterliche erziehungs erziehungs methode ist die in den vereinigten staaten immer noch sehr geläufig ist leider da gibt es immer noch stachelheizbänder diese diese wirklein also diese zuglein und eben auch elektroschockheizbänder in deutschland sind die glücklicherweise verboten wo die frau sich aufhält weiß ich nicht wo die das gekauft hat weiß ich nicht kann ich nicht sagen jedenfalls ist diese erziehungsmethode absolut ungeeignet das grenzt nicht nur an tierquälerei sondern das ist tierquälerei du spielst da mit dem mit den instinkten eines jeden säugetieres du erziehst durch angst und das ist keine erziehung sondern das ist quälerei ja und das habe ich so ziemlich auf allen plattformen verbreitet die mir zur verfügung stehen also ich habe jetzt nicht beleidigt oder so dass ich habe die ich habe die person nicht beleidigt das ist mir auch fern mir geht es da ums tierwohl und nicht darum in irgendeiner form zu hetzen habe dann dazu aufgefordert dass es dieses heizband unmittelbar zu vernichten wegzuschmeißen und nicht mehr zu benutzen das ist jetzt mittlerweile auch so geschehen ich kann da ja mal zitieren was dann geschrieben worden ist also die stories wurden gerutscht sonst gibt es elektroheizband die wird immer die wird immer ein bisschen böse wenn sie elektroheizband hört deswegen hat er immer erfahrung mitgemacht also ich sagte eine kurze rückmeldung meinerseits wow also erstmal hat sie diese ganzen stories mit der dokumentierung und der darstellung dieser erziehungsmethode gelöscht und hat dann geschrieben eine kurze rückmeldung meinerseits wow damit habe ich nicht gerechnet ich möchte mich hier erstmal erst einmal entschuldigen denn tatsächlich war mir nicht im klaren dass es einem hund so ein leid zufügt gleichzeitig waren diese zäune auf waren diese zäune auch frei verkäuflich und man vermutet nicht im geringsten dass dies nicht erlaubt ist ich werde dieses halsband nicht mehr verwenden und eine andere lösung für mila suchen das ist das positive damit habe ich eigentlich erreicht was ich erreichen wollte nämlich auf diese thematik aufmerksam machen diese diese person hat auch eine private nachricht bekommen ähm und äh das heizband wird jetzt laut aussage nicht mehr benutzt und damit habe ich eigentlich alles erreicht was ich erreichen wollte jetzt kam dann noch ähm der der zusatz ähm den ich jetzt auch zum ersten mal lese ich hab also ich hab den das ist jetzt das ist jetzt eine live reaction ich lese jetzt ich lese jetzt hier zum ersten mal ja was ich allerdings wirklich krass finde ist wie auf einen zugegangen wird keiner von euch kennt mila als hund wirklich und weiß wie sie behandelt wird sie wird anständig ausgelastet dieser vorwurf wird aus dem nichts gemacht et dekaldent okay dazu muss ich sagen dass das ähm dass das so nicht stimmt also ich habe diesen vor diesen vorwurf habe ich nicht aus dem nichts gemacht denn ähm wie der weiß studiere ich kinologie verhaltenswissenschaften von von hunden und äh das was ich gesehen habe und die problematik die sie dort dargeboten hat nämlich dass dieser hund frei im garten laufen soll sich dort auslasten soll und dann immer wieder ausbuchst weist gerade bei einem husky nicht darauf hin dass er ausgelastet ist dass das tier nicht ausgelastet ist denn um das mal um das mal um um mal so ein bisschen ja wie sagt man um so ein bisschen fehlwissen ähm zu korrigieren die größe des hauses oder die größe des gartens ist komplett irrelevant für die haltung eines tieres du kannst den den größten hund in der kleinsten bude halten wenn du ihn ordnungsgemäß auslastest denn im besten fall ist dieses tier nur zum ruhen in den eigenen vier wänden und wird dann in der in der zeit der auslastung vom hundeführer ausgelastet auslastung bedeutet nicht dass ich den dass ich den hund in den garten lasse und er dann auf sich allein gestellt ist das ist keine auslastung das ist keine auslastung für einen jack russell das ist keine auslastung für einen mobs das ist keine auslastung für einen schäferhund und erst recht nicht für einen husky ja also dieses komplette hundeverhalten und diese problemdarstellung weist darauf hin nicht ich sage nicht das ist so sondern es weist darauf hin dass dieses tier nicht ausgelastet ist denn im normalfall würde es keine rolle spielen ob dieses tier im garten frei sich bewegen kann oder nicht einen hundetrainer ich lese jetzt weiter einen hundetrainer haben wir schon längst zur rate gezogen und der hat gesagt nimm einen elektrohalsband keine ahnung sie hat mehrere schafe gerissen und der bauer hat gedroht sie zu erschießen der sie der hat was sie hat schafe gerissen okay der hund hat schafe gerissen ich lese das hier zum ersten mal deswegen ist das für mich auch gerade ein schock was der hund hat was schafe ja es steht hier sie hat mehrere schafe gerissen und der bauer hat gedroht sie zu erschießen ich habe mila aus dem tierschutz sie bekommt regelmäßig training und ich habe noch nie davor gescheut geld für sie in die hand zu nehmen sie wird behandelt wie ein familienmitglied bestimmt haben wir falsch gehandelt in der verzweiflung ähm weiter bitte hört auf hasskommentare zu schreiben ich werde mich fürs erste hier logischerweise zurückziehen äh dekadent dich möchte ich bitten das nächste mal nicht alles gleich viral zu machen und eine hasswelle auszulösen schreib doch erstmal persönlich habe ich und schau ob jemand einlenkt nur ein lieb gemeinter Rat hast du wie viel wie viel vorher hast du persönlich geschrieben mit 20 sekunden also ja das hätte man geschickter lösen können definitiv das das ist habe ich ja gesagt das ist eine Impuls äh Reaktion von mir gewesen weil ich ähm weil ich was das Thema angeht sehr emotional bin und ich habe die die kleine Reichweite die ich habe nutze ich dann in den allermeisten Fällen nur wenn es darum geht in da einzugreifen in solchen Themen einzugreifen wo es mir wichtig ist und bei der Hundeerziehung und gerade wenn es um Tierwohl geht da macht es da legt sich bei mir ein Schalter um weißt du wenn ich sehe wie ein Tier geschlagen wird oder oder ein Elektroheizband bekommt oder sonst irgendwas dann macht es bei mir Klick weißt du dann dann werde ich irrational wobei das jetzt kein irrationales Handeln gewesen ist da bin ich mal ganz ehrlich weil darauf aufmerksam zu machen solche Tier solche Tiererziehungsmethoden nicht anzuwenden ist ohnehin wichtig insbesondere da es noch sehr sehr viele Hundetrainer gibt die so ein Verhalten oder so eine Erziehung befürworten also ich finde es erstmal krank dass der Hund Schafe gerissen hat also also Schafe what the hell wo wo passiert denn das und wie in welchem Zeitrahmen ist denn der unbeobachtet und kann weglaufen um ein Schaf zu töten das ist das ist ein Punkt der der sich für mich auch nicht erschließt da Lea eigentlich nie unbeaufsichtigt ist also also was heißt unbeaufsicht die braucht keine Aufsicht aber es ist ja schon so dass man dass also sie ist halt nicht alleine weißt du ich packe die halt nicht in den Garten und sage sei dein eigener Herr weißt du das mach ich halt nicht ich kriege das sollte auch kein Hundehalter haben Tiere sind also Hunde sind domestizierte Wölfe ursprünglich evolutionär gesehen das sind das sind Tiere die an den an den Menschen gebunden sind die brauchen die brauchen den Menschen das sind keine Kanarienvögel die du die du in einen Käfig packst und dann ist es scheißegal ob die acht neun zehn Stunden alleine sind oder sonst irgendwas das sollte man nicht machen und gerade wenn man ein Tier aus dem Schutz holt was sowieso ein Thema ist über das man mal sprechen sollte denn Tiere aus dem Tierschutz zu holen aus dem Tierheim zu holen oder aus irgendwelchen Ländern zu holen wo die kein gutes Leben haben ist eine sehr sehr löbliche Aktion das ist das ist sehr löblich alle Leute sollten wenn sie die Kapazitäten und das Wissen haben und das ist sehr sehr wichtig diesen Schritt gehen aber als Anfänger der nicht gewillt ist Zeit und Engagement in die in Wissen und in Erziehung und in dieses in dieses Tier zu investieren und das schon im Vorhinein gemacht hat sollte sich ein Tier aus dem Tierschutz holen weil du weißt dir nicht was du weißt nicht was du dir ins Haus holst das sind teilweise stark verhaltensgestörte Tiere die eben Menschen angreifen Kinder angreifen Schafe reißen die ganze Zeit weglaufen etc. pp das sind Problemfälle und Problemfälle sollten nicht von Amateuren behandelt werden weil dadurch machst du die Scheiße in den in vielen Fällen noch schlimmer das ist löblich die Motivation dahinter zu kritisieren wäre absolut fatal und auch falsch und absolut nicht meine meine Intention aber ein Aufruf an alle die sich ein Tier holen wollen oder die darüber nachdenken sich einen Hund zu holen wenn ihr einen Hund aus dem Tierschutz holt dann seid verdammt nochmal versiert was Hundeerziehung angeht und nicht nur Welpenerziehung sondern das sind dann erwachsene Tiere ab dem dritten Lebensjahr ist es sehr sehr schwer diesem Tier etwas Neues beizubringen und es ist noch schwerer bereits gelerntes Verhalten auszutreiben da benötigt es Experten und keine Elektroheizbänder Alter ich also ich warte mal also die Nachricht die du gerade bekommen hast war von ihr selber das hat sie das hat sie in der Instagram Story gepostet ja der Hund hat sie schreibt dass der Hund Schafe reißt ich kann nochmal ich kann nochmal ja ich will das ich muss das weil ich jetzt nicht mehr weiß ob die einzelne Nachricht ja einen Hundetrainer haben wir schon längst zu Rate gezogen sie hat mehrere Schafe gerissen und der Bauer hat gedroht sie zu erschießen Alter ähm ich beobachte gerade ich nebenbei beobachte ich gerade wie mein meine französische Bulldogge sich mit dem Hintern auf das Gesicht meiner englischen Bulldogge setzt und hier eine halbe Wrestling Moves ausführt gleich oder nee es wird nur am Fuß gekaut naja egal ähm es ist äh also fuck alter ich ich kann ich muss das erstmal alles gerade ein bisschen verarbeiten weil ich verstehe nicht ich verstehe nicht wie sowas passieren kann ist das denn vorher passiert außerhalb ihrer Obhut ist das eine Geschichte die die dem vom Tierpflegedienst oder von dem Tierheim dann erzählt wird so hey Vorsicht mit dem Hund äh da da ist das und das passiert ist das bei ihr passiert ich das sind da fehlen mir gerade so ein paar ja so wie das also ähm da es gibt eine Person das ist wohl eine Freundin die auf Twitter da fleißig mitdiskutiert hat und versucht hat da zu rechtfertigen was was passiert oder passiert ist ähm in meinen Augen gibt es dafür keine Rechtfertigung aber das ist eine komplett andere Thematik sie sagte dass ähm sie das Tier schon länger hat also schon schon viele Jahre hat dass es sehr gut trainiert ist und dass sie jetzt aufgrund des Umzuges den sie gemacht haben um dem Tier einen Garten zu bieten was ja schon mal eine Intention ist die für mich aus meinen Augen eine falsche ist ähm sie an diese neue Situation gewöhnen muss und dass sie da wohl sehr verzweifelt sind weil sie immer immer abhaut und äh jetzt droht dann der Bauer dessen Schafe von Mila gerissen worden sind oder angegriffen oder ja gerissen heißt ja eigentlich also wenn die das ist ja gerissen heißt für mich getötet getötet ja das ist wenn wenn ein Hund ein Schaf reißt dann hat es das getötet ähm und äh das ist für mich einfach ein ein das ist unverantwortlich also ich gehe ja immer davon aus dass die Person die das schreibt das mit einer mit einer gewissen Aufrichtigkeit macht also gerade Hundebesitzer sind mir ja sehr sehr sympathisch und ich gehe nicht davon aus dass das irgendwelche absurden Tierquäler sind die sich da das Tier zum Spaß halten und fröhlich rumlügen also gehe ich davon aus dass die einen Hundetrainer haben den sie zurate gezogen haben und ich kenne keinen versierten Hundetrainer auf diesem Planeten keinen der bei einem Tier das Schafe das Schafe reißt empfiehlt dieses Tier ohne Aufsicht im Garten der nicht ordnungsgemäß umzäunt ist frei rumlaufen zu lassen das gibt es nicht so etwas gibt es nicht und wenn es das gibt dann gehört diesem Trainer die Lizenz genommen und die Hütte von dem zugemacht ganz einfach also für mich ich habe vorhin ich habe das vorhin am Rande mitbekommen als du das angefangen hast auf Twitter zu schreiben so hey das geht nicht und dann Leute getaggt und so und ich dachte mir okay alright ich meine ich bin da gerade in meinem Stream gewesen ich streame ja jetzt auch aktuell Twitch TV Stay übrigens ähm und und darum konnte ich mich da nicht so reinziehen aber ich habe auch nach kurzem ganz ganz kurzem reinblicken gemerkt ey ich könnte wenn ich mir das jetzt reinziehen ich wäre emotional zu aufgeladen also ich könnte gar nicht ich könnte gar keine Diskussion führen oder ich könnte mich mit dem Thema gar nicht befassen weil wenn ich sehe dass jemand mit seinem mit seinem Tier so umgeht dann projiziere ich das automatisch auf mich als würde der mit meinem Tier so umgehen und dann werde ich da laufe ich grün an und dann renne ich durch die Wohnung und dann dekoriere ich hier ein bisschen um ja also das 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 ist mir zu aufgeladen ja das das fühle ich das geht mir genauso ich glaube das ist bei dir auch passiert und deswegen ähm weiß ich jetzt nicht ohne da was rechtfertigen zu wollen ich versuche zu verstehen wann du was äh gemacht hast um die Verhältnismäßigkeit ähm irgendwie einzuschätzen und das ist ganz einfach das kann ich dir sagen ich hab das gesehen mir hat das jemand zugeschickt auf Discord mit den Worten ey hier wird ein hier wird ein Elektroheizband verwendet und das Ganze wird gefeiert ne dann hab ich das dann hab ich mir die die Storys angeguckt habe gesehen dass das das nicht nur verwendet worden ist oder dass gesagt worden ist ey wir wir überlegen das oder sonst irgendwas sondern es wurde als ordnungsgemäße legitime gute Erziehungsmethode benutzt es wurden sehr grenzwertige bis grenzüberschreitende Aussagen getätigt wie na da musst du aber ja richtig gucken dass das auch an der Haut anlenkt ne damit das dann auch knallt und es tut mir jetzt leid aber ich konnte leider den den die Stromabgabe nicht dokumentieren aber das Tier hat gejault und das ist ja gut das Tier ist ängstlich in diesen Geschichten gewesen das ist ein absolut 100%ig zuzuordnendes Angstverhalten gewesen des Tieres und das hab ich gesehen und dann dann hat's klick gemacht und dann hab ich gedacht die die beste und die schnellste Methode da tätig zu werden ist das Ganze öffentlich zu machen fertig also ich höre die Antipathie raus wenn du das erzählst tatsächlich und ich fühle das auch weil ich ja gerade gesagt habe was das mit mir machen würde ich ich habe ich erinnere dich aber an die Sache mit meiner Spendenkampagne und bei Gott da wurde auch viel relativiert und viel gesagt von wegen du hättest das anders machen sollen und darum erinnere ich mich da gerade also das was ganz anderes ist aber es ist so eine ja ja ich verstehe es ist so eine es werden teilweise Parallelen klar und jetzt ist die Frage die Frage die sich für mich stellt ist so grässlich ist das finde was nehmen was nehmen wir mit für das nächste Mal und das ist nicht dass es das nächste Mal passieren soll aber wie geht man eventuell beim nächsten Mal damit um und ich glaube dass die 20 Sekunden die 20 Sekunden die du der anderen Person gegeben hast eventuell zu gering war um zu reagieren vielleicht ich weiß aber auch nicht und jetzt muss ich aber auch wieder die Situation betrachten ich weiß aber auch nicht ob man jemanden im Rahmen dieser dieser Situation die Zeit einräumen soll ich weiß ich kann da ich kann da also ich habe ja jetzt über eine Stunde Zeit gehabt das ganze Revue passieren zu lassen ich habe jetzt auch Zeit gehabt diesen Backlash ein Stück weit einzuordnen und ich bin mir auch darüber im Klaren dass sehr sehr viele Zuschauer da genauso emotional rangehen wie ich und nicht nur emotional rangehen sondern mit dieser Anonymität spielen und damit Sicherheit auch Beleidigungen von sich gelassen haben die natürlich also nur um das mal kurz auszu nur um dir das mal kurz zu sagen ich habe auf Instagram Nachrichten bekommen und ich sage jetzt nicht von wem aber ich habe sie bekommen mit der Aussage Zitat alle bitte melden sie quält ihr Tier mit dem Halsband jeder der ein Tier hat sollte sowas machen und dass ich jemanden reporten soll richtig bin ich auch nicht falsch bin ich ganz ehrlich ich bin mir ich finde das nicht falsch man ich bin jemand der der voll und ganz vertritt dass dass man sich ein Tier anschafft wenn man bereit ist die Zeit und das Engagement zu investieren das dieses Tier benötigt und so edel auch die Motivation sein mag ein Tier aus dem Tierschutz zu holen desto unverständlicher ist es für mich wenn ich mir ein Tier anschaffe dass ein Problem ein verhaltensgestörtes Tier ist und es dann mit solchen Methoden versuche zu erziehen und das ist etwas auch wenn öffentliches Aufhetzen nichts ist dass das gemacht werden sollte gerade wenn es in den Bereich Beleidigungen geht oder in den Bereich ey lynch die öffentlich das ist nichts was ich gesagt habe und das vertrete ich auch nicht und das wird einem dann immer unterstellt aber in diesem Fall und da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht ist es die schnellste und effektivste Möglichkeit gewesen die Person selber darauf aufmerksam zu machen weil selbst eine Nachricht wäre dann in den Nachrichten Anfragen irgendwie verschwunden und wer weiß wann die gelesen worden wäre wenn überhaupt das ist jetzt super viel Konjunktiv und hätte wenn und sonst irgendwas ich habe ich habe ich habe nicht dazu aufgerufen da Beleidigungen sie zu beleidigen oder zu lynchen oder ich habe auch nicht dazu aufgerufen sie zu reporten oder sonst irgendwas sondern ich habe öffentlich sie angesprochen in einer für mich sehr vernünftigen und nachvollziehbaren Art und Weise und darauf aufmerksam gemacht dieses Halsband unmittelbar zu vernichten und ich würde wenn ich sowas nochmal sehe nicht anders handeln ganz einfach wenn jemand aus Unwissenheit oder böse oder bösen Willen warum auch immer sein Tier mit einem mit einem Elektrohalsband verseht und das Ganze öffentlich macht in einer Instagram Story mit Reichweite diese Person hat auch hat vierstellige Reichweite und da diese Methode Lobpreis dann gehört das für mich korrigiert und wenn ich das öffentlich dokumentiere dann will ich das auch öffentlich richtiggestellt sehen die ich verstehe was du meinst ich habe die ich habe eine gleiche und ähnliche Argumentations Grundlage oder würde ich auch benutzen weil das Sinn macht was du sagst ich will aber mit diesem Punkt zeigen dass diese Nachricht die ich hier bekommen habe nicht von dir ist sondern die Nachricht die ich bekommen habe ist von jemandem der sich auf dich bezieht aber keine keine Situationsbeschreibung macht weißt du was ich meine der ähm der wie sagt man der der dieser diese Situation sorgt jetzt für folgendes du hast du hast dich so wie du sagst korrekt ausgedrückt oder du du sagst so und so ist das und aufgrund der Tatsache dass du eine Reichweite hast und dass der Grund den du nennst auch nachvollziehbar ist nehmen den Leuten nehmen Leute das auf und projizieren das auf sich oder nutzen das für sich um dann eigene um dann immer ein bisschen was dazuzunehmen oder ein bisschen was wegzulassen was dann bedeutet dass also ich kann mir vorstellen dass da jetzt mehr als nur hey hör mal bitte damit auf kommt sondern jetzt wird voll und jetzt wird die wird vollkommen durchbeleidigt hundertprozentig tausendprozentig es geht um Tiere wenn es um Tiere geht verlassen vergesst Leute Menschen sind Menschen egal aber wenn es um Tiere geht verlieren Menschen ihren Shit du könntest über die Straße gehen und neben dir würde einer krepieren wenn das nicht ein golden retriever ist es dir das scheißegal das ist irgendwie so und ich weiß ich nicht es ist gesellschaftlich hat es irgendwie fühlt es sich so an manchmal also sehr übertriebene darstellung natürlich und was man jetzt betrachten muss ist natürlich die Konsequenz und die Konsequenz ist auf der einen Seite dass sie sagt hey ihr habt recht das ist schlecht die Konsequenz ist aber auch dass sie die nächsten Wochen mit diesem Thema zu tun haben wird was auch vernünftig ist ich finde wenn sie diese Wochen nutzt um sich mit ihrem Fehlverhalten in der Erziehung und Behandlung ihres Tieres auseinandersetzt dann hat das positive Konsequenzen für sie als Tierhalterin und auch für den Hund selber ich weiß nicht ob das ich weiß nicht ob das positive Konsequenzen hat also ich weiß es nicht ich also ich du sagst das jetzt so aufgrund der Tatsache dass sie dass sie das dass ihr das widerfährt und ich glaube auch nochmal deine Begründung ist nachvollziehbar und ich habe mich ich habe ja auch gesagt ich kann mich mit dem Thema nicht beschäftigen weil ich würde auch durchdrehen ich weiß ich weiß noch nicht ich weiß noch nicht ob ein lynch mob und das ist das was gerade passiert weiß ich nicht habe ich noch nicht gehört also ich habe ich habe selber nicht keine keine beleidigung gelesen oder so ich habe ich habe direkt zu dem wenn das in meinem postfach landet ich habe ja nichts damit zu tun kannst du das nochmal rezitieren die aussagen war meldet alle bitte meldet alle bitte dann der name sie quält ihren hund mit einem elektroschock halsband jeder der ein herz für tiere hat versteht dass man sowas nicht macht punkt richtig ist ja auch illegal also der aufruf zur meldung ist ja etwas weil es laut tierschutzgesetz mit waffengesetz anlage 1 § 3 Seite 1 11 verboten ist solche halsbänder zu benutzen die dürfen verkauft werden aber der gebrauch ist verboten ich warte mal ich suche mal ganz kurz was was sind das hier ich weiß nicht ich weiß nicht ob man also natürlich man kann das man kann man kann das ganze jetzt von zwei Seiten aussehen entweder man sagt ey pass mal auf also das ist jetzt aber schlimm dass da dass da Leute darauf aufmerksam geworden sind auf der andere Seite denke ich mir ich wollte genau darauf aufmerksam machen und ich finde dass Leute ihre Reichweite für positive Dünge nutzen sollten und ob man damit übereinstimmt oder nicht ist mir an dieser Stelle scheißegal aber wenn es um Tierschutz geht um Hunde ja dann dann ist das für mich der einzig legitime Grund wie ich meine Reichweite nutzen möchte das ist mein scheiß das ist mein scheiß leben mein in Zukunft will ich eine Hundeschule aufmachen ich will ich will mich komplett Hunden widmen und die kleine Reichweite die ich habe nutze ich um darauf aufmerksam machen solche Erziehungsmethoden nicht anzuwenden dass Beleidigungen nicht klar gehen dass Aufrufe zum Lünchen nicht klar gehen wenn das passiert da müssen wir nicht drüber diskutieren dass das potenziell derzeit passiert ist etwas über das ich mir hätte im Klaren sein müssen es aber nicht war dafür kann ich mich jetzt entschuldigen aber die Konsequenz die daraus gezogen worden ist und zwar dass dieses Halsband nicht mehr benutzt wird und sich die Person jetzt mit der Erziehung auseinandersetzt ist für mich positiv ich mache mal ein Beispiel also ich ich verstehe was du sagst zu 100% ich mache mal ein Beispiel das habe ich noch nie also das habe ich nicht thematisiert aber ich versuche mal ich versuche mal was aufzugreifen wo ich mir wo ich mir unsicher war ich habe mich hat eine Streamerin angeschrieben vor einiger Zeit die hat mich angeschrieben und hat mir gesagt hey stay bla 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 ich will jetzt nicht genau ins Detail gehen mir ist das und das passiert und das hat jemand so und so gesagt und ich möchte dir das zeigen weil ich weiß nicht an wen ich mich wenden soll bla 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 und Twitch macht nichts und und so weiter und so fort war sehr spezifisch ich versuche es so allgemein zu halten wie ich wie ich kann und dann habe ich zwei Videos zugeschickt gekriegt in diesen zwei Videos hat jemand offen offen ganz ganz offen gesagt dass er einer anderen Person was antut so und das war also antun in Form von das war schon sehr konkret sehr sehr konkret und mit diesem Video könnte ich hatte ich zwei Möglichkeiten entweder ich mache das öffentlich weil das ganz offensichtlich eine gefährliche Scheiße war oder ich gebe das an die zuständigen an die zuständigen Dings weiter empfehle dass es an die zuständigen Behörden weitergegeben wird oder an die zuständigen Institute oder Punkte oder Stellen und versuche da versuche das zu machen was ich was ich irgendwie kann ich hätte in dem Moment hat mir der Finger gejuckt zu sagen yo guckt mal was da passiert und dann wäre aber eine andere Höllen Höllen Pforte aufgegangen mit einem anderen Mob absolut und jetzt ist die Frage wenn du das siehst und wenn du darauf aufmerksam gemacht wirst kannst du halt hast du jetzt auch die Entscheidung getroffen dass was gegen das Gesetz ist und gegen alle bestimmten alle alle bestehenden Rechte oder bestehenden Grundlagen das zu melden zu den Behörden zu tragen und das zu unterbinden und das ist halt in die andere Richtung gelaufen du hast halt sozusagen in diesem Zusammenhang weil das so emotional aufgeladen war die andere Perspektive genutzt du hast sozusagen gesagt hey jetzt wird hier der Reichweitenhammer genommen für das was zu Recht eine nachvollziehbare Problematik ist aber das hat halt auch immer einen Rattenschwanz der Rattenschwanz ist das Social Media Accounts deaktiviert werden aktuell schon wegen vielleicht gemeineren potenziell gemeineren Nachrichten als hör mal bitte damit auf weißt du was ich meine ja ja aber ich versuche das jetzt nicht zu rechtfertigen weil ich glaube da sind wir auf einem Nenner dass die dass die dass solche Lünch Lünch Messages oder Beleidigungsströme dass die scheiße sind und eher kontraproduktiv darüber müssen wir gar nicht diskutieren dass ich das wohlwissend wahrscheinlich in Kauf genommen habe auch wenn das in dem Moment nicht Intention war aber ich bin ja schon eine Weile länger im Internet unterwegs deswegen hätte ich das wissen müssen also beschäftige ich mich 30 Sekunden außerhalb der emotionalen Lage mit der Thematik hätte ich das wissen können aber ich frage mich auch das ist ja das ist ja eine Person die auch versucht öffentlich Dinge zu machen also versucht den öffentlichen Weg zu gehen mit Streams mit einer Twitch Partnerung mit Instagram Stories etc. pp das heißt sie ist öffentlich da ist nichts das sie versucht zu verstecken für mich wäre da Unterschied ich habe im privaten Umfeld sehr sehr viele Leute die diese Elektroheizbänder benutzen und die kriegen von mir dann einfach privat eine Ansage haben die schon bekommen bei zwei Fällen war das der Fall die dann auf diesem Weg wo ich auf diesem Weg einlenken konnte das ist in dem Fall nicht möglich weil das einfach eine Person des öffentlichen Lebens ist so klein die auch sein mag von der Reichweite her aber sie das Ganze öffentlich gemacht und öffentlich das Ganze dann zu kritisieren ist etwas das passiert wenn du etwas öffentlich postest die Freundin von ihr die versuchte das Ganze auf Twitter zu rechtfertigen hat mehrmals geschrieben dass sie ihr gesagt hat dass diese Elektroheizbänder scheiße sind und dass das dumm ist und dass sie darüber nachdenken soll und es hat sie nicht interessiert diese Stories sind ebenfalls öffentlich und da werden bei Elektroheizbändern gibt es keine zwei Meinungen wer tierlieb ist wer Hunde liebt der sieht das und der sagt das ist scheiße das ist einfach so die wird da Antworten bekommen haben in der in der Zeit in der Leute das haben öffentlich betrachten können und es hat sie nicht interessiert und jetzt wenn jemand kommt der ein bisschen Reichweite hat ist es auf einmal oh ich wusste es nicht und da ich will das sie kann es mag sein sie mag es mag sein dass sie es nicht gewusst hat aber sie hat bewusst Meinungen anderer Leute ignoriert die auch dagegen gesprochen haben und es hat jemanden benötigt der da ein bisschen Herrscher ein bisschen neutraler also nicht neutral im Sinne von meine Meinung dazu ist neutral sondern meine Meinung dazu ist fachlich gesehen aus einer Distanz ich kenne sie nicht und ich kenne das Tier nicht ich sehe nur was da passiert und das kritisiere ich und weil da ein bisschen Reichweite dahinter ist ist es dann ist es dann Anlass das Ganze zu korrigieren und sich öffentlich dafür zu entschuldigen um sich dann wieder in so eine Rolle zu drängen das ist etwas womit man leben muss man Shitstorm ist etwas mal beleidigt zu werden im Internet ist etwas womit man rechnen muss wenn man die Scheiße greift weißt du und ich möchte das nicht rechtfertigen dass irgendwelche Leute kommen und beleidigen und da Drohungen machen oder so da habe ich mich auch in den Statements habe ich mich dagegen habe ich mich da distanziert was nichts bringt das wissen wir beide aber nur für ein bisschen fürs gute Gewissen aber wie gesagt ich würde es beim nächsten Mal nicht anders machen das mit der Privatnachricht von der Freundin das habe ich nicht gewusst das ist nicht privat das ist auch öffentlich auf Twitter die hat das Ganze öffentlich geschrieben dass sie das gesagt hat dass sie ihr privat gesagt hat das meine ich sie hat halt was ich meine ist diese ihre Freundin hat öffentlich gesagt dass sie ihr privat auch schon gesagt hat dass es scheiße ist darauf hat sie nicht gehört das ist eine es ist ein deutlicher also das setzt die ganze Situation nochmal in ein anderes Licht denn das würde bedeuten dass eventuell mindestens eine Person und das ist nicht irgendeine Person sondern wenn man da sagt Freundin oder beste Freundin dass das dafür sorgt dass dass die öffentliche Demontage in einem anderen Licht erscheint und dann muss ich auch sagen oder dann ist der einzige Grund warum man warum man das jetzt so macht dieser Druck diese Demütigung ich das ist soll ich das kurz rezitieren ich rezitiere was was diese Freundin geschrieben hat also sie hat da wirklich lang und breit auf alles geantwortet was da irgendwo auf Twitter passiert ist und in diesem Punkt hat sie dann geschrieben ich rezitiere ich bin auch kein Freund von dem Gebrauch das habe ich ihr auch gesagt ich verstehe aber warum sie es tut also kehrt vor eure eigenen beschissenen Haustür das ist eine von vielen Nachrichten die dort geschrieben worden sind öffentlich auf Twitter einsehbar die die mir das wusste ich vorher natürlich nicht jetzt zeigen dass sie wohl auch im privaten Umfeld von tierlieben Personen gesagt bekommen hat dass diese Variante keine Gute ist und verboten und das ist natürlich unangenehm natürlich wusste ich das vorher nicht das sind alles Dinge die dann im Nachhinein passieren aber selbst wenn es komplett anders ausgegangen wäre ist in meinem moralischen Empfinden in meiner Tierliebe diese diese öff dieses öffentliche darauf aufmerksam machen nichts für das ich mich jetzt schuldig fühle wer das anders sieht der sieht das anders damit muss man rechnen wer im öffentlichen Leben ist aber ich persönlich habe mir nichts vorzuwerfen und ich würde es wieder so tun crazy also verrückte Situation verrückte Situation ich fasse nochmal zusammen jemand hat auf Twitter gepostet dass er sein Haustier Husky Mischling mit einem Elektrohalsband von einer Grenzübertragung Schreitung des eigenen Grundstücks oder also dass das verhindern möchte das wurde vor 20 Stunden geteilt diese Story hast du gesagt Wann die geteilt worden ist weiß ich jetzt nicht aber das war so gegen 12 Uhr circa heute Achso auf Instagram 12 Uhr wurde das auf Instagram geteilt wenn ich plus minus eine halbe Stunde oder so und vor zwei Stunden also um 14 Uhr habe ich dann öffentlich davon mitbekommen und Stellung bezogen Ok und daraufhin hast du eine Privatnachricht geschrieben mit der Aussage dass es scheiße ist kurz danach 20 Sekunden laut eigener Aussage hast du dann quasi gecopy pastet also ich habe dann gesehen ich habe also ich habe gesehen dass ich habe die gleiche Nachricht privat und öffentlich geschrieben und hast das dann auf Twitter gemacht richtig hast sie dann auch verlinkt die Person richtig dann habe ich gesehen dass der Account inaktiv ist dann habe ich auf Instagram gefeuert hast du eine Story gemacht ja ok hast sie dann markiert in dieser Story korrekt und daraufhin gab es dann die Reaktion von Leuten und von ihr und sie hat sich dann am Ende hat sie sich entschuldigt ja ok und dann hat sie die Entschuldigung aber mit das nächste Mal denkst du bitte darüber nach was du sagst oder wie du es machst verbunden richtig dieses sei dir über deine Reichweite im Clan und ein paar andere Leute haben auch geschrieben dass es super interessant zu schauen ist wie perfekt Influencer mittlerweile ihre Reichweite nutzen können um gegen Personen aufzuhetzen ich weiß es nicht also ich muss sagen das wäre diese Aussage wäre ja absolut invalide wenn es sich beweisen lassen würde dass jemand aus ihrem direkten Umfeld schon mal angesprochen hat dass das nicht so cool ist mit diesen Hellspendern und dass wenn sie deswegen nicht aufgehört hat dass es dann halt eine Frage der Zeit war bis jemand auf sie zukommt der das sieht was sie öffentlich teilt um das dann zu verurteilen richtig richtig aber auch unabhängig davon ob ihr das privat schon gesagt worden ist ob das ein Hundetrainer empfohlen hat oder nicht also das sind für mich alles keine Rechtfertigungen sowas zu machen weil wenn ich ein Tier halte dann ist Eigeninitiative so ziemlich das Wichtigste das ich an den Tag bringen muss und diesem Tier ein artgerechtes Leben zu gewährleisten und wenn ich bei Google Elektroheizbänder eintippe und da Enter drücke dann ist das erste was ich finde das Verbotsgesetz und das zweite was ich finde sind hinreichend klinologische Berichte dass das Schwachsinn ist und wenn ich dann immer noch gewillt bin das Ganze anzuwenden dann entweder deshalb weil ich darüber nichts gelesen habe und diese zwei Minuten nicht investieren wollte oder aber weil es mir scheißegal ist in beiden Fällen ist das etwas das kritisiert werden muss was für eine abgefahrene Situation mir tut das auch leid man also wirklich ich gehe ja immer davon aus dass wenn jemand ein Tier hält dass er aus dem Tierschutz holt deswegen habe ich ja auch nicht die Person beleidigt oder so weil das liegt mir fern mir geht es nicht darum die Person zu beleidigen ich will auch nicht sagen dass es eine schlechte Person ist oder sonst irgendwas mir ist nur die Motivation dahinter scheißegal weil die Motivation beruht auf Unwissenheit und fehlendem Engagement und auch wenn ich die Person privat überhaupt nicht kenne oder ihr auch nichts ihr auch nichts Böses will geht es mir in dieser Sache um das Tierwohl weil da ein Tier ist das verängstigt da mit einem Halsband steht das ihm Elektroschocks gibt und zwei und zwei Hundehalter sie und ihr Mann oder Freund oder was auch immer sie und ihr Lebenspartner die Scheiße feiern und feiern wie er jault und das ist das ist etwas das ich sehe das und das bricht mir das scheiß Herz und da bin ich emotional bei vielen anderen Themen habe ich mich schon in der Kontrolle aber was das angeht nicht und da ist mir auch der Kontrollverlust sehr recht harter Tobak ich bin ich bin was das angeht echt also ich gehe ganz offen so wie du das jetzt hier auch sagst ich bin also keine Ahnung also das ist also das ist schon das ist schon das belastet mich das belastet mich anders also darum würde ich mich mit dem Thema auch gar nicht auseinandersetzen also das ist so das ist mich würde das auch auf die Palme bringen und ich wüsste nicht also wenn die mir zuerst in die Story gelaufen wäre holy shit ich sag dir wie es ist oh Gott dann warst du das kleinere Übel sag ich dir ganz ehrlich ich sag dir wie es ist das sind Dinge die ich natürlich auch selektiv emotional wahrnehme weil es gibt so viele Dinge auf diesem Planeten die scheiße sind und die eigentlich permanent angeprangert werden müssten und deswegen verstehe ich auch die Aussage ey ich beschäftige mich damit nicht weil ich mich damit nicht beschäftigen will weil es mich emotional belastet das habe ich bei sehr sehr vielen Themen alles was in irgendeiner Form geopolitisch ist da will ich mich gar nicht mit beschäftigen weil ich mit dieser Kacke nichts zu tun haben will in meinem Leben aber die Entscheidung mich mit Tieren zu beschäftigen ist etwas die es ist eine Entscheidung die bewusst getroffen worden ist von mir und deswegen kann ich was das angeht nicht weggucken da kann man jetzt darüber diskutieren ja da guckst du nicht weg bei allen anderen Sachen guckst du weg das ist der Entscheidung ja natürlich müssen wir nicht drüber diskutieren aber das ist immer noch eine sehr selektive Entscheidung von mir gewesen die ich auch bewusst getroffen habe darüber bin ich mir im Klaren und damit lebe ich und ich kann damit sehr gut leben weißt du wenn andere Leute das kritisieren wollen dafür stehe ich in der Öffentlichkeit weißt du ich verdiene mein Geld mit der Scheiße hier wenn Leute kritisieren wollen was ich mache dann sehr gerne dass diese Kritik teilweise berechtigt ist absolut da müssen wir auch nicht drüber reden aber es sind trotzdem bewusste Entscheidungen ja und ich kann mit diesen Entscheidungen leben und zwar sehr gut und von daher ist mir das also jetzt nicht egal aber ich kann es abschätzen ich kann es abwägen weißt du uff also es ist einfach uff das ist eine Uff-Situation krank was für eine was für ein Tag ich hab wirklich man muss sich mal ganz kurz vorstellen ich sitze hier im Stream und und nebenbei jetzt haben wir den Live-Podcast hier und ich sehe nebenbei dass es explodiert auf Social Media und denke ach du Scheiße wenn Karl involviert ist guck mir das Thema an und denke ach du Kacke der geht gleich mit einem Messer Navy Seal mäßig im Mund in irgend so einen Sumpf und 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 wartet darum dass die Herren vorbeikommt und das Herrchen vorbeikommt und macht da so ein fucking Rambo mit einem mit einem selbst gebastelten Sperr oder so Alter das ist halt das was ich so hat sich zumindest ein bisschen angefühlt weil ich genau weiß wie du da wie du drauf bist wenn es um das Thema geht holy moly ey was ist hier los heute also das ist und alles direkt im Podcast festgehalten weil es sich vor einer Stunde weil es vor einer Stunde stattgefunden hat ja wie gesagt also ich muss da ich muss also an der Stelle auch wenn ich das nicht lobe weil es ist für mich immer noch ein Unding dass es überhaupt passiert ist aber ihre Reaktion darauf ist die einzig korrekte gewesen die Rechtfertigung darüber müssen wir nicht diskutieren aber die Reaktion ist die richtige nämlich das Ganze zu unterlassen und sich intensiver mit der Thematik auseinanderzusetzen und völlig egal was man mir da jetzt vorwirft oder sonst irgendwas völlig egal das ist mir scheißegal damit muss man leben weißt du weil das Resultat was daraus passiert ist das ist das Richtige die das wird nicht mehr benutzt sie beschäftigt sich damit das Ding wird weggeworfen und das was ich erreichen wollte habe ich erreicht alles was da jetzt drum rum passiert ist mir relativ egal ich sage es so wie es ist ich möchte meinen Aluhut aufsetzen ich habe das Kettenhemd hier aber ich ziehe es jetzt nicht an das was du erreicht hast ist dass diese Sache nicht öffentlich passiert zumindest ja natürlich du weißt was ich meine ja natürlich weiß ich was du meinst aber aber das ist ja nochmal die zweite Instanz dieser ganzen dieses Clusterfucks weißt du die zweite Instanz ist nämlich dass wenn man sowas irgendwo öffentlich sieht von einem Influencer man geneigt ist das Ganze als vertretbar zu sehen weißt du Influencer machen shit salonfähig und ja gut sie ist jetzt nicht die Größte auf diesem Planeten darum geht es nicht aber wenn es nur einer ist dann wäre das schon einer zu viel und selbst wenn es nur nicht mehr öffentlich passiert und sie das immer noch im privaten Rahmen macht dann ist das immer noch genauso scheiße und ich würde es immer noch kritisieren wenn ich das irgendwie mitbekomme oder sehe aber ich sehe es nicht mehr öffentlich und ja holy shit ich merke richtig wie du aufgewühlt bist ich hätte nicht gedacht dass ich das nur weil du sonst sehr rational wirkst aber ich merke richtig wie aufgewühlt du bist holy fuck das ist ja krank das ist ja absolut krank mein Gott mein Gott also ich merke das richtig ich weiß nicht ob man das ich weiß nicht ob man das hört aber ich merke ich spüre die Vibration die Erschütterung der Macht die Erschütterung der Rationalität von Karl und ich hätte nicht gedacht dass die Erschütterung der Rationalität so nach vorne geht aber es ist wirklich hui hui also deswegen es ist das einzige Thema wo man mich wirklich emotional mich an den Sack kriegt deswegen ist es auch eine Extremsituation normalerweise mache ich das ja auch nicht also mal einen Witz machen oder so über etwas satirisch sich lustig machen natürlich das kann man machen aber in dem Fall ging es mir ja ganz bewusst um eine Verhaltensänderung die ich herbeiführen wollte weil es eben so ein ekelhaft emotionales Thema bei mir ist ich kann sowas gar nicht sehen diese ganzen Alinity Clips die da hausiert sind oder wenn ich wenn ich wenn ich irgendwo lese ey hier wurde ein Hund geschlagen oder so und das Ganze ist schon viral ich kann das nicht gucken ich kann mir sowas nicht angucken wenn ich das sehe habe ich einen so irrationalen Hass in mir dass ich dass ich dass ich Dinge kaputt schlagen muss wirklich ich kann das für dich meine das ist ey du hast es selber gesagt ich bin ich bin in so einer also mein emotionaler Status ist ich sehe was das Menschenleid passiert und ich finde das kacke aber es belastet mich nicht so krass emotional wie wenn ich sehe dass das einem Tierschaden zugefügt wird gerade bei einem Hund was ja auch wieder perfide dumm ist weil ich nicht vegan lebe weißt du das ist ja eine weitere selektive emotionale Wahrnehmungsebene dessen heuchlerische oder tugendheuchlerischer äh tugendheuchlerischem Fundament und ich mir absolut im Klaren bin auf der einen Seite lebe ich nicht vegan auf der anderen Seite setze ich mich für Tierwohl ein und das eine kann ich super wegignorieren das andere nicht dass ich weiß dass das irrational ist aber das macht es nicht besser aber es ist so weißt du hast du denn hast du den neuen Videos gesehen von der Linity mit der Katze die zurückschlägt ich hab's gesehen ja ich hab applaudiert großartig Bissen hat die auch oh ja aber richtig krank aber nicht so ohne ey ich sage hier Angriff Angriff macht die Pussy niedrig also also rein mit der also mit der Pussy auf die naja egal äh hab ich gesehen war krass Linity wurde wurde äh angegriffen zurückgegriffen Milo Kappaklap sag ich nur ähm hast du das mit um das um mal im Thema zu bleiben vielleicht hast du dazu noch eine Perspektive weil wir eh gerade bei Tieren sind machen wir unsere Tierfolge äh wir sagen wie nennen wir die Folge auf den Hund gekommen ne das ist komisch ähm 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 wir nennen die Folge Schockzustand Schockzustand klingt gut schau meine Fresse normalerweise habe ich immer die guten Folgen Namen musst du jetzt mal sag dass normalerweise ich die guten Namen habe ja also sagen wir mal so für für sagen wir mal 90% der der Podcast Episoden Namen bist du verantwortlich ja absolut absolut ich würde sogar 95% sagen aber Schockzustand ist gut ähm aber man muss an dieser Stelle auch sagen wenn äh wenn meine Idee nicht gewesen wäre dann hieß dieser Podcast kanakisierte Allmanns das stimmt und das wäre das wäre anders böse gewesen wir wollten denn kein Joke wir wollten den Podcast kein Joke Chat wenn wenn ich meinen Kopf durchgeklickt hätte hätte dieser Podcast kanakisierte Allmanns äh würde der kanakisierte Allmanns heißen was wäre Schockgesell gewesen wenn man überlegt dass du ein paar Wochen später man da sitzt Kanakisierte Allmanns Abdel rotiert im Grab äh Abdel hätte so das ist doch der von kanakisierte Allmanns was willst du ich schlag dir die Fresse ein anderes Thema aber wäre auch Schockgesell gewesen der Name sagt ihr wie es ist oh Schockgesell auch etwas was man damals was man viel zu oft damals benutzt hat und gar nicht jetzt schade ähm ey hast du von dem neuesten Begriff gehört der jetzt salonfähig gemacht wird weißt du okay ich frage dich weißt du was ein Chigger ist nee das ist anscheinend also abgeleitet aus der N-Bombe für Chinese People also Chinese N-Bombe ach du Scheiße und du sagst das in meinem Stream bist du irre ja noch ist das Ganze noch ist das Ganze nicht negativ viral gegangen die benutzen das es gibt sogar einen Podcast jetzt einen neuen Podcast äh der heißt ähm Moin Chigger und äh und ich was ist denn das für ein Name Alter klicke ich drauf ne ist vom ist vom Kollegen von mir von Henkenbergen klicke ich da drauf und dann höre ich den Satz direkt in der Erklärung ja der Name Moin Chigger kommt daher ist halt Chinese N-Bomb und ich so fuck also Entschuldigung du weißt doch wie Twitch da drauf ist sofort wenn irgendeine diskriminierende äh zu diskriminierende Minderheit gefunden wurde wird da sofort der Hammer gezogen sei doch mal ruhig jetzt ey ja ja ist ja wobei im aufklärenden Rahmen gehst du es kein Problem ne der Kontext spielt dabei eine Rolle ich hab äh ich hab vor einem vor einem halben Jahr oder so nee du draufst nee 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 pass auf nee mach ich nicht mach ich nicht mach ich nicht mach ich bei mir auch nicht ne da hab ich nicht die Eier für aber ich kenn jemanden der die Eier hat und zwar vor circa einem halben Jahr klicke ich bei Tama in den Stream und höre wie er die N-Bombe droppt aber auf eine andere Art und Weise der Überzeugung und ich so Bruder wie Tama ist schmerzbefreit Tama ist schon in Therapie im Stream der ist schon der ist so gefährlich Alter und dann hör ich nur so ja Bruder du musst dir halt nur mal die Terms of Service durchlesen der Kontext spielt ja eine Rolle und ich so du bist mein Vorbild dazu hab ich nicht die Eier Alter und dazu hab ich auch viel zu viele Sponsoren also da muss ich ganz ehrlich sagen auf keinen Fall auf keinen Fall und dafür hab ich auch viel zu viel Interesse an Firmen mit ihnen zusammenzuarbeiten als ich sowas sagen würde das ist auch nicht die feine Englische also ich fühl mich mit Alman auch beleidigt schreibt grad jemand in meinen Livestream-Chat und ich muss sagen zu Recht Kido Kido72 ich muss sagen klar natürlich soll er auch soll er auch so ist es auch so muss es auch sein Volker wird sich wahrscheinlich auch beleidigt von dem Podcast-Namen nja das ist so ist das halt ich wollte was wolltest du was wolltest du sagen wenn wir schon bei Tieren waren da wolltest du noch eine Perspektive haben ich würde gerne Abstimmung rumreichen ob wir von unseren Podcast-Namen von Alman Arabica zu kanakisierte Almans wechseln sollen das ist das erste was ich will und das zweite ist hast du mitbekommen dass Flying Uwe auch ein Problem mit seinem Hund hat nie ich habe von Flying Uwe weiß ich nur dass er einen Schäferhund hatte der bedauerlicherweise viel zu früh von diesem Planeten gegangen ist und dass er sich kurze Zeit später einen neuen Schäferhund eine altdeutsche Zuchtrasse angeschafft hat Flying Uwe hat sich einen zweiten Hund besorgt weil er mit weil er einfach einen zweiten Hund haben wollte hat sich einen aus dem Tierraum geholt und hat jetzt das ist wohl nicht das erste Mal dass das passiert darum da muss ich mich aber auf Spekulationen zurückgreifen Flying Uwe übrigens ein Fitness YouTuber und auch Streamer tatsächlich und auch Verschwörungstheoretiker und auch Corona-Leugner richtig Corona-Leugner aber der hat ein Tier zu sich geholt zur Probe und wie stehst du denn zu solchen Probe Besuchen von Tieren ist die absolut richtige Herangehensweise wenn du bereits einen Hund zu Hause hast also hundewissenschaftlich wird gesagt dass sehr sehr viele Hunde vielleicht gerade wenn sie dieser Schäferhund Rasse angehören so bezogen auf ihren auf ihren Hundeführer sind dass sie ein zweites Tier nicht zulassen würden das ist zwar nur eine potenzielle Gefahr also ein so ist es nicht immer aber es kann so sein und deswegen ist es sehr sehr sinnvoll wenn man sich ein zweites Tier anschafft dass man zunächst beide Tiere im zukünftigen zu Hause auf Probe miteinander ausprobiert um zu gucken ob da die Harmonie da ist wie lange muss denn so eine Probe oder wie was hältst du denn für so eine vier bis sechs Wochen tatsächlich ja vier bis sechs Wochen vier bis sechs Wochen ist so der Standard krass das ist also das wusste ich beispielsweise nicht weil ich habe dieses Video gesehen wo er sagt wir müssen uns leider von diesem Probehund das hört sich hart an aber ja müssen wir uns leider verabschieden weil das nicht geht das funktioniert halt nicht und viele in den Kommentaren vielleicht auch Leute die das nicht besser wissen sagen dann einfach ja das geht doch nicht immer gewöhnst du die Hunde an dich ran und dann wirklich beschwert und ich wusste nicht wirklich was ich davon halten soll weil mir nicht klar war was die gängige Praxis ist darum frage ich dich jetzt einfach dann wäre das ja nicht gängige Praxis also leider muss man sagen dass viele Tierheime das nicht mitmachen ich habe selber von sehr sehr vielen Tierheimen gehört die die so etwas nicht anbieten die bieten zwar eine stundenweise Angewöhnung an aber das ist das ist eben nicht die korrekte Herangehensweise weil wenn du wenn du das Tier zwei Stunden zu dir holst und dein und dein bereits etabliertes Tier zu Hause dann ein bisschen angepisst ist dann ist das normal also in zwei Stunden kann man dann auch keine keine Schluss Schlusszüge ziehen und deswegen sagt man vier Wochen ist so das Mindeste was man machen sollte bevor man die Entscheidung trifft ja die beiden sind kompatibel und ich kann beiden ein artgerechtes Leben gewährleisten also die Leute die Leute die das kritisieren die also ich kann das voll nachvollziehen weißt du wenn jetzt mal real talk wenn man hört ey ich hab mir einen Hund geholt und nach vier Wochen geb ich den wieder ab dann ist das erstmal etwas das man hört und man denkt sich boah das bricht mir das Herz das kannst du doch nicht machen völlig verständlich aber die Alternative wäre dass man in dem Fall dann zwei Hunde hält die sich gegenseitig nicht leiden können und sich gegenseitig die Lebensfreude rauben das ist gerade bei Schäferhunden super gängig super gängig also ich habe also ich fühle das was du sagst zu 100% ich würde mit mir ich hab vorhin so ein trauriges Video gesehen von einem Hund der zurückgegeben wurde in den Tierheim und der oh das hat mir das Herz gebrochen ich musste das dann auch musste abbrechen mit dem Video so ganz klein auf Twitter war so ein war so ein Video wo so ein Hund zurück ins Tierheim gebracht wurde und der saß dann traurig in seinem kleinen in seinem Kämmerlein und wollte nicht nach draußen gehen weil er wusste fuck er wird nicht mehr abgeholt und das bricht mir das Herz einfach das bricht mir das Herz ich muss ich mein verstümmeltes kleines Mr. Burns Herz was so was so schwarz in ihren in Spinnweben gehüllt in meinem Körper sitzt das wird trotzdem noch dadurch berührt und fängt so an wie in dieser Folge von Simpsons einmal zu schlagen bei sowas und das auch nur bei solchen Momenten wie der verfluchte Grinch absolut korrekt und deswegen deswegen muss er dann deshalb hier ich sag das ich sag das immer wieder bei jeder Gelegenheit aber das ist glaube ich mal wieder eine dieser Gelegenheiten ähm wenn ihr wenn ihr eben also wenn ihr gleich fühlt und wenn ihr geeignet seid ein Tierheim zu besuchen was etwas ist das ich zum Beispiel nicht kann ich kann ich kann das nicht ich würde dann auch alle mitnehmen wollen ich kann das nicht nicht nur die Aussage ich würde alle mitnehmen wollen sondern ich würde daran kaputt gehen wenn ich da rausgehe also wirklich ich würde nicht nur dass ich sage oh ich würde aber lieber alle mitnehmen ich würde daran kaputt gehen wirklich aber wenn ihr das könnt und ihr habt selber nicht die Zeit euch um ein Tier zu kümmern dann gibt es und das bieten eigentlich so ziemlich alle Tierheime in der Bundesrepublik Deutschland Österreich und der Schweiz auch an dann gibt es die Möglichkeit dass ihr Paten werden könnt dass ihr Gassi-Paten werdet und das ist auch etwas wo sehr sehr viele sagen ja aber das bringt den das bringt den Tieren nichts doch es bringt etwas denn domestizierte Tiere brauchen Aufmerksamkeit ob diese Aufmerksamkeit jetzt von einem von einem wirklich lebensbeständigen Hundeführer ist was der was der Best Case wäre oder aber von einer Person die wechselt ist erstmal egal denn auch wechselnde Hundehalter die dem Tier Aufmerksamkeit geben sind besser als gar keine und deswegen habt ihr die Möglichkeit wenn ihr keine Zeit für ein eigenes Tier habt mit diesen Tieren Gassi zu gehen denen Aufmerksamkeit und Liebe zu schenken und was Gutes zu tun ja stimme ich absolut zu aber wie gesagt wirklich macht euch seid euch im Klaren darüber dass ein Tierheim zu besuchen für tierliebe Personen Endstufe ist und ich kann es nicht das ist also ich bin ich bin dabei ich würde es auch nicht können ich meide alles was so ein bisschen so was so ein bisschen es gibt ja auch diese Videos von wegen misshandelte Tiere die dann wieder aufgepäppelt werden und so ich kann mir das nicht reinziehen ich geht nicht ich kann einfach nicht es geht einfach nicht ich sehe dann meine ich sehe dann meine Jungs und denke dann immer oh fuck my life fuck my life ne nein ich bin schon emotional angeschlagen nur wenn ich den ich kann mich ich kann mich an das Gefühl erinnern als ich als ich Bob zur Kastraktion gebracht habe weil der halt immer mal ein bisschen ausgerastet ist bei Geruch von 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 weiblichen Pendants ist da ich weiß noch wie das war mit in Narkose und so ja also da dachte ich auch scheiße scheiße das ist was was ist das denn hier warum fuck mich das so ab und ich ich meine dann kann natürlich immer was passieren aber ich wusste ja dass ich den da nur kurz lasse und dann wieder kriege nach einer Stunde ähm nur mit ohne Eier aber alter alter das hat einen das fuckt einen ab das fuckt einen ab einfach ähm trotzdem sollte man sich nicht übermütig wenn man keine Zeit hat sollte man sich das eingestehen ansonsten fügt man wenn man keine Zeit hat mit dem Wunsch des Tierwohls dem Tier kein Wohl zu ja das hat jemand im Chat geschrieben ich hab das immer abgewandelt ähm sondern dann ist das zu empfehlen was du gerade gesagt hast nämlich einfach ähm das tun was man was man da was man tun kann und ähm wenn das Gassigen ist ich mein klingt doch geil Gassigen spielen ähm die einfach lieb haben das ist das ist das ist schon damit damit tut ihr mehr als wenn ihr als wenn ihr Geld spendet also Geld spenden ist immer super ähm versteht mich da nicht falsch ne wir sind ja beide Fans von wohltätigen äh Organisationen beide Fans von Geld und von wohltätigen Organisationen richtig beide ja beide auch Unterstützer von Better Place ähm Stay hat das sogar bei sich als Partner äh fest etablieren können was eine Top-Sache ist ähm aber wenn ihr nicht in der Lage seid finanzielle Unterstützung ähm an solche Tier Hilfsorganisationen zu geben dann ist das etwas das ihr machen könnt und das könnt ihr bezahlen mit eurem wichtigsten Gut und zwar mit der Zeit schenkt den Tieren Zeit und wenn ihr das könnt wenn ihr das wenn ihr also wenn ihr die Möglichkeit so habt dann macht das ihr braucht kein eigenes Tier um Tierwohl zu verbreiten ja ja Punkt Org ganz äh ich hab kaum gesagt im Eifer des Gefechts aber ist ja eine gemeinnützige äh Aktion uff boah das ist aber wieder ein aufgeladenes äh Podcastchen hier wieder ähm ich würde das an diesem Punkt beenden weil dann haben wir so eine Tierfolge gemacht das haben sich Leute schon immer gewünscht und würde sagen für die Leute die diesen Podcast auf Spotify gehört haben kommt gut in die Woche rein lasst euch nicht ärgern schaut bei Karl vorbei Twitch TV Dick Karl Dent oder bei mir Twitch TV Stay grüße die Leute im Stream wenn ihr da selber mal dabei sein wollt dann freuen wir uns sicher und ich bin damit raus Karl du kannst noch den Random Fact der Woche oder des Tages nennen ja Random Fact der Woche ist wenn ihr auch Fans von von der Hunderasse Malinois seid so wie ich dann gibt's die Seite belgier strich in strich not .de ist eine Topseite unterstütze ich selber guckt da mal vorbei bleibt sauber ihr Süßen bis zum nächsten Mal abonniere bis zum nächsten Mal